Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Call of Duty Modern Warfare 3 und den Prestige-Meisterungs-Herausforderungen im Multiplayer-Modus. Dieses Mal Abzug bestätigt. Dafür müssen wir 10x5 Abschlüsse machen, ohne zu sterben. Wir sehen jetzt schon, die Aufgabe ist schon fertig. Funktioniert also auf jeden Fall auch. Und viel gibt es dazu nicht zu sagen, außer 5 Leute killen und dann kann man auch sterben. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. Kommt darauf an, welche Map, welche Waffe, ob die Waffe einem liegt und so ein Kram. Aber wenn man die Herausforderung abschließen will, sollte man definitiv eine Waffe nehmen, mit der man gut kann. Und dann beispielsweise, weiß nicht, Schipp mit Stellung. Da geht das ganz easy. Ansonsten kann man auch ein bisschen sneaky auf anderen Maps vorgehen. Oder einfach reinrushen, je nachdem, wie er Spielstil ist. Und das ist auch schon alles. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Einen kleinen Clip gibt es auch noch für euch. Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.